Hallo liebe Freunde, in diesem Video werde ich zeigen, wie ein Joystick an einem Computer mit Windows angeschlossen wird. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem, beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Moderne Spiele sind auf originelle Gameparts von den Konsolen Xbox One oder Xbox 360 abgestimmt. Wenn Sie einen der chinesischen Joysticks verwenden, können Sie ohne zusätzliche Software wahrscheinlich keine moderne Spiele spielen. Weil originelle Gameparts das X-Input Software-Protokoll verwenden, um mit Spielen zu kommunizieren, während viele andere das ältere Direct-Input-Protokoll verwenden. Natürlich gibt es Leute, die wissen, wie man zwischen diesen beiden Standards umschaltet. In solchen Manipulatoren wird normalerweise ein spezieller Schlüssel bereitgestellt. Wenn Sie Ihren alten Joystick anschließen möchten, um neue Spiele zu spielen, benötigen Sie, dass Programm Xbox 360-Controller-Emulator mit jeder Joystick unter Xbox getarnt werden kann. Dies ist ein kostenloses Programm, das von der offiziellen Webseite heruntergeladen werden kann. Der Link befindet sich in der Beschreibung. Es gibt zwei Versionen dieses Emulators, 32- und 64-Bit. Wenn Sie ein 64-Bit-Betriebssystem verwenden, benötigen Sie die entsprechende Version des Programms. Der Emulator läuft unter Windows 10, 8 und 7. Platten Sie das Programm herunter, öffnen Sie das Archiv und extrahieren Sie die Dateien in einen beliebigen Ordner. Es wird empfohlen, einen separaten Ordner für diesen Ordner zu erstellen. Schließen Sie das Gamepad an den Computer an und warten Sie, bis der System es erkannt und den entsprechenden Treiber installiert. Sie können dies überprüfen, indem Sie den Task-Manager öffnen. Es sollte ein Gerät mit dem Modellnamen Ihres Joysticks, General QSP-Joystick, USB-Gamepad oder ähnlichem vorhanden sein. Wenn er sich nicht für den Gerät-Manager entschieden hat, müssen Sie im Internet nach einem geeigneten Treiber suchen. Wir führen das Dienstprogramm im Auftrag des Administrators aus. Wenn Sie es mit dem üblichen Doppelklick der Maus ausführen, werden die Emulator-Einstellungen möglicherweise nicht gespeichert und die Dateien werden bei Bedarf nicht erstellt. Wenn beim Starten von X360 CE die Fehlermeldung, das angegebene Modul wurde nicht gefunden, angezeigt wird, haben Sie die Systembibliotheken und die neueste Version von Netframework nicht installiert. Beim ersten Start werden Sie aufgefordert, eine DLL-Datei zu erstellen. Klicken Sie auf Next und Finish. Wenn Sie ein anderes Joystick-Modell anschließen, wird das Fenster erneut angezeigt. In anderen Fällen können Sie Einstellungen aus dem Internet im Konfigurationsfenster Controller Settings herunterladen. Sie können bis zu vier Geräte anschließen. Für jedes davon gibt es einen entsprechenden Reiter-Controller 1,2,3,4. Aus diesem Grund haben verschiedene Gameparts im System möglicherweise denselben Namen. Wenn Sie die automatischen Einstellungen verwerben, können Sie die Tasten verwechselt werden. Sie können dies überprüfen, indem Sie die Taste drücken und prüfen, ob sie auf diesem virtuellen Joystick korrekt angezeigt wird. Wenn nicht, wählen Sie die entsprechende Zelle aus, klicken Sie hier auf Record und drücken Sie dann die gewünschte Taste. Nach der Einstellung müssen Sie die Änderungen mit der Schaltfläche Save speichern. Die Empfindlichkeit der Sticks kann in den Registerkarten Left Thumb und Right Thumb mit dem Parameter Sensitivity eingestellt werden. Hier sind die Programmeinstellungen beendet. Klicken Sie auf Speichern, wenn Sie die Änderungen nicht gespeichert haben, und schließen Sie das Programm. Im Ordner mit der extrahierten Datei werden zwei weitere angezeigt, die in das Stammverzeichnis des Spielordners kopiert werden müssen. Oder geben Sie in den Einstellungen den Pfad zum Spiel an, klicken Sie auf der Registerkarte Spieleinstellungen auf hinzufügen und geben Sie den Pfad zum Ordner mit dem Spiel an. Markieren Sie dann hier, welche Version des Spiels Sie mit 32 oder 64 Bit installiert haben. Bei den folgenden Parametern können jedoch Schwierigkeiten auftreten. Sie müssen den gewünschten Parameter mit Hilfe der Auswahlmethode einstellen. Beginnen Sie mit COM und gehen Sie alles abwechselnd durch. Denken Sie dran, nach jeder Änderung die Schaltfläche zum Speichern der Einstellungen zu drücken und das Spiel neu zu starten. Oder suchen Sie nach dem Spiel in der Kompatibilitätsleiste, der Link befindet sich in der Beschreibung. Starten Sie danach das Spiel und prüfen Sie, ob der Joystick darauf reagiert. Wenn der Joystick im Spiel immer noch nicht funktioniert, versuchen Sie die Beta-Version dieses Programms herunterzuladen. In meinem Fall hat es der Joystick im NFS-Payback-Spiel gerade mit der Beta-Version dieses Programms funktioniert. Die Konfiguration ist noch einfacher. Sie müssen das Spiel hinzufügen, indem Sie auf Spiel hinzufügen klicken und den Pfad zum Ordner mit der Excel-Datei des Spiels angeben. Wenn Sie nicht wissen, wo es sich befindet, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Verknüpfung und wählen Sie Eigenschaften aus. Im Linienobjekt wird dieser Pfad angezeigt. Dann müssen Sie ein Gerät hinzufügen auf hinzufügen klicken, unser Gamepad auswählen und auf OK klicken. Nun, es müssen nur noch die Schlüssel konfiguriert werden. Sie können dies manuell oder automatisch tun, indem Sie hier auf Auto klicken. Klicken Sie auf Save All, um alle an den Einstellungen vorgenommenen Änderungen zu speichern. Diese Version des Simulators muss nicht wie die vorherige geschlossen werden, sondern muss nur auf Try minimiert werden. Wenn Sie sie schließen, funktioniert der Joystick im Spiel nicht. Wir schalten das Dienstprogramm aus und starten das Spiel. Wie Sie sehen, werden Sie aufgefordert, die A-Taste anstelle der Eingabe-Taste zu drücken. Der Joystick wird vom Spiel erkannt und reagiert. Das ist alles, was Sie hier sicher nicht über die Tastatur, sondern über das Gamepad spielen können. Wie Sie sehen, werden im Menü die Joystick-Tasten und nicht die Tastatur angezeigt. Für ein anderes Spiel müssen Sie die Gamepad-Tasten nicht neu konfigurieren. Klicken Sie auf Load Preset, Voreinstellungen laden und wählen Sie die Einstellungen aus, die Sie zuvor vorgenommen haben. Das ist alles. Wenn dieses Video nützlich war, Daumen hoch und abonnieren Sie den Kanal Hetman Software. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.